In London wollen die Ausstellungsmacher der Tate Britain beweisen, wie wichtig der Illustrator und Graveur Aubrey Bairzli für die viktorianische Kunst war. Es ist die erste Schau seiner Werke seit mehr als 50 Jahren. Rund 250 Arbeiten des Londoner Enfant Terrible kann man ab dem 4. März entdecken. Friedbert Meurer war schon in der Tate Britain. Das Provokante an Aubrey Bairzli begann schon mit seinem Aussehen. Bairzli war ein Dandy, er liebte elegante Kleider und putzte sich heraus. Mit 22 Jahren zeichnete er sich selbst mit Ponyfrisur, die damals von Frauen, aber nicht von Männern getragen wurde. Sein Jackett hatte feminin wirkende Puffärmel. Die Selbstinszenierung hatte er gemein mit Oscar Wilde, für dessen Schauspiel Salome er die Illustrationen zeichnete. Wilde war homosexuell und Bairzli androgyn. Ausgerechnet in der als prüde verschrieenen viktorianischen Gesellschaft dachten Künstler über Dinge nach, wie das ineinander überfließen der Geschlechter, erklärt Alice Inslee, die Kuratorin der Tate Britain. Bairzli war seiner Zeit darin voraus, wie er gleichgeschlechtlichen Sex und den Übergang zwischen den Geschlechtern darstellte. Damit spielte er. Da er selbst ein ganzes Leben lang krank war, liegt es nahe, dass er sein Interesse an der Sexualität in seinen Zeichnungen auslebte, mehr als vielleicht in seinem wirklichen Leben. Bairzli war zeitlebens tuberkulosekrank und wusste, dass er früh sterben würde. Er wurde nur 25 Jahre alt. Unermüdlich arbeitete er an seinen Tintezeichnungen für Magazine wie The Yellow Book, Das Gelbe Buch. Mit seinem akribischen Stil, den vielen Details und feinen Linien wurde Bairzli schon mit 20 berühmt und berüchtigt. Mit seinen erotischen Zeichnungen trug er maßgeblich zum Erfolg von Oscar Weils Schauspiel Salome bei. Er stellte Weils sogar fast in den Schatten. Salome hält den abgeschlagenen, blutenden Kopf Johannes des Täufers vor sich. Noch der tote Kopf bereitet ihr Lust. Bairzli zeichnet die Szene fast wie einen Geschlechtsakt. Aber die viktorianische Gesellschaft schlug zurück. In den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts kippte die Stimmung. Amont-Gardt-Künstler wie Bairzli und Wilde hatten dem an seine Grenzen geratenen Empire den Spiegel vorgehalten. Dekadenz statt Triumph anzusehen, das wurde dem Establishment aber unerträglich. Nach dem Fall von Oscar Wilde hatte Bairzli große Probleme, noch Aufträge zu erhalten. Die Buchhändler wurden nervös und trauten sich nicht mehr, seine Werke zu zeigen. Er bekam finanzielle Probleme. Es war nicht einfach. Man verbannt Aubrey Bairzli jetzt zu sehr mit Oscar Wilde, der wegen seiner Homosexualität 1895 zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Aber der Ruhm von Bairzli wie Wilde überdauerte, meint Kuratorin Alice Inslee. Freunde waren sie übrigens nicht. Sie waren zu ehrgeizig und hatten eine überbordende Persönlichkeit. Sie wollten schockieren und damit berühmt werden. Sie hatten aber den gleichen Bekanntenkreis und die Öffentlichkeit verbannt beide sehr miteinander. Wilde's Untergang hatte für Bairzli eine große Bedeutung. Noch heute üben seine Zeichnungen eine Faszination aus, auch durch ihre immensen Details. Selbst aus den kleinsten Falten eines Vorhangs können jederzeit fantastische Gesichter hervorlugen. Den Zensoren entging dadurch so mancher Frechheit. Aber fast unglaublich, was alles akzeptiert wurde, obwohl es nicht zu übersehen war. Überdimensional aufgerichtete Penisse, masturbierende Frauen und Engel. Eine Frau wird lustvoll ausgepeitscht. Es wimmelt vor Obszönitäten. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts entdeckte ihn die psychedelische Kunstbewegung für sich. Die Beatles bildeten ihn auf ihrem Sgt. Pepper Cover ab und ließen seinen Stil auf der Plattenhülle von Revolver einfließen, um ihre Erfahrungen mit LSD anzudeuten. Man ertappt sich bei dem Gedanken, dass die MeToo-Bewegung Aubrey Bairzli im Jahr 2020 seine ungebremsten, erotischen Fantasien zum Vorwurf machen könnte. Wenn ich nicht grotesk sein darf, bin ich nichts. Das war aber Bairzlis Überlebensmotto. Leider wurden hier auf der Insel schon Gemälde aus MeToo-Gründen entfernt, wenn auch nur temporär. Und die National Gallery hatte einige Gemälde Paul Gaugeurs lieber nicht in ihrer Ausstellung aufgenommen. Glücklicherweise kommt der gute Bairzli ungeschoren davon. Die Ausstellung des Illustrators und Graveurs Aubrey Bairzli eröffnet am Mittwoch und schließt Ende Mai in der Tate Britain. Die Ausstellung des Untertitel 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 des Unter